Willkommen bei 5 Freunde 2 Hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne Und zusammen mit Timmy dem Hund sind wir die 5 Freunde Und jetzt geht's auch schon los mit dem Film Geht Spaß! Hallo, guten Tag ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen Herzlich willkommen auf meinem Youtube-Kanal Lianna Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer Mein Name ist Justus König Bekannt als Lianna Schons der Abenteuer oder Captain Merker oder Justus König der Abenteuer der Youtuber aus Wittsburg Und ich bin hier auf dem Zierberg bei Bodmais im Breischenwald Und heute sind wir hier auf der Spurensuche der 5 Freunde 2 Film Weil hier wird gedreht Der Sierberg, der Spitze da oben Da ist die Gaffenstallfelsen gesehen im Film Anfangsszene hat den George und die 5 Freunde 2 auf dem Fahrrad und vor den Gangster flüchten und die Gangster verfolgt werden Und da wo diese Seilfall war wo der Rucke sich schütten musste und Phil an sich Seilfall hineingegangen ist das da beim Bergwerk Zierbergwerk da vorne ist Man kann da hochlaufen oder mit dieser Gottel hochfahren Rudelbahn, wie es heißt und runter holen kann man auch Und man kann von der man kann aussuchen Mittelszug ist zur Mittelsstation Das ist dann der Bergwerk Da ist auch ein Restaurant von der Spurperführung Oder weiter zur Spitze zur Kipfel Und da oben ist auch linker Seite Gottesgab Da sind die 5 Freunde vorbeigelaufen Das war ein Ding wo ausgeschürft worden ist Und da oben neben dem Gottesgab Das war ein bisschen höher als seine Höhle Das war der frühe Eingang zum Bergwerk Das sind geschüttet Das war im Film als der Eingang gesehen Und das Versteck Ich glaube der Phil in das Bruchelang ist in der Höhle des grünen Autos Das Versteck von den HDH-Gents von meinem Großonkel äh Groß-Groß-Ur-Großvater Die Schwarze Katze Ja Also viel Spaß bei diesem Film auf der Spurensuche der drüben Freunde auf dem Bodenmais Silberwerk und so weiter und so fort Euer Justus Bleiben Sie dran Ist das spannend Letztes Video Susan Timmy Ann Tick Und Timmy der Hund Die fünf Freunde Was seid ihr? Hermione Ich komm zu euch Justus over and out Let's play with you Und bei S Wir haben auch einen Hund dabei Der heißt Charlie Plus die Cousine Barbara Schwarz und den Hund Charlie Let's play with you So Genau Hier sind wir von vorne vorbeigeworfen So Hier sind wir von vorne vorbeigeworfen Mit dem Fahrrad Nepp Nepp Schau aus das sind die Gaffensteinfelsen Und für den Karten hier Die Gaffensteinfelsen Ich bin noch ein bisschen Ja So Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ja Hier ist Drei Hier ist Heute sind wir mehr auf Wandern Auch gestern ausgesprich Mehr Ja, das ist gut. das ist die stelle wo es sagt schorch zu den freunden das ist die gaffensteinfelsen gut so wunderschön bin hier hier war hier war da geht es ja nicht weiter ist ja nur sackgasse wunderschön hier ist alles wunderschön hier ist der superberg erkennt das wieder da sind die fünf freunde vorbeigelaufen da sagt schorch das sind die gaffensteinfelsen das versteck des grünen augen schwarze katze hati hat 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 hati hat hati hat urgroßvater gut da sind wir jetzt hier auf dem gipfel von den gaffensteinfelsen von syrberg bodenleis jetzt kann ich mir nochmal erklären hier da sind die fünf freundinnen lang gelaufen anfang des films mit den fahrrädern haben sie geschoben und dann schorch das sind die gaffensteinfelsen hier und später haben sie in steinschuk geschlafen geschlafen mit zelt und später hat es geheißen die gaffensteinfelsen da da irgendwo wer das versteckt von das grüne auge was der ding versteckt hat der hdh erkennt sein großvater urgroßvater der die schwarze katze gut haben wir aus der hill gestafft so die spitze reicht uah das gibt das center Knuck Z Kick Z Kick Z Kick Z pack Z verpasst auch wie eine Sch coordinate oder Das war's. So, dass wir noch fassig runtergehen. So, Ugi, Ugi Bruns, Hü, Nax, Kadi Haken, Anne, George, Dick, Julian, und Timi, der Hund, fünf Runde, was seid ihr? Heiter da! Also, die Darsteller, schau, spiel es kalt an. Zehn, elf, zwölf, und dreizehn. Und ihr packt, genau, direkt hinter mir. Und dann ist Phil in die Falle reingelaufen, wo hier war. Und dann hat Ruki gesagt, ich hab gesagt, bleibt hinter mir. Und dann sagt Phil, wer steht denn so nach vorne? Und dann sagt Max, naja, die schwarze Katze. Und dann sagt Hatti, ja, um euch zu schützen. Genau, also hier musste der Bösebicht, Ruki Burns, auch hier kriechen. Also, hier hat er gesagt, eins, zwei, drei. Und dann hat er gesagt, elf, zwölf, dreizehn. Bei dreizehn sind wir runter. Und dann hat's den Leuten gesagt, bleib direkt hinter mir. Und dann war hier der Wasser. Und hier war so ein Ding zu laufen. Das ist halt Ruki Burns, da musst du halt hier sich halt pücken und dann durchlaufen. So. So. Ah, geht zum grünen Auge. Zum Schatz. Des grünen Auges. Und so sind die fünf Freunde lang durchlaufen. Und auch, und auch, und auch. Genau. So. Das Wasser wenig besonderer wäre weg. Also hier musst du auch, nicht ewig blühen, sondern fünf Freunde, außer Hund, Timmy. Also das war halt, was denn kommt der nach dem Eingang, in die Versteckte des grünen Auges, also eine schwarze Katze hier. Und da ist viel in die Falle reingegangen. In die Seilweile, weil er hier so aufgehängt. Und so schaut das hier in echt aus. Ja. Nur, dass wir da vorne alles abgedumpelt. Yes. Was hab ich gesagt? Ja. Wer macht denn sowas? Du schwarze Katze, du Blödmann. Wer denn sonst? Sie wollte den Stein verloren, wir euch schätzen. Zum Glück haben wir die Karten. So. Weiter jetzt. Eins. Zwei. 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 Yes. Das ist weg von dem Sido Bergwerk. Am Ende des Sido Bergwerks. Hier. Und die andere Sänge ist ein Gottesgabe hier oben. Löstes Ohren out. Jetzt wüsst du Bescheid. Hier. 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 Ha. Ja. Ja. Schaut mal, das ist ein Herz. Ha. Ha. Ja. Und das sind die fünf Runde Runde gegangen. Ja. 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 Anne. George. Dick. Julian. Und Tim wie der Hund. Fünf Freunde wo seid ihr? Heider da, also auch die Darsteller Schauspielerskei da. Zumindest sind die fünf Freunde hier geflüchtet von Rocky Berns und Phil und Max. Jetzt klettern die hier runter. Ja, auf diese Felsen runter. So wie ich jetzt runter. Und dann? Und da? Und hier kam Rocky mit seinem Kühlwagen und fährt dann vor und dreht die fünf Freunde auf den anderen Weg zum Zirkus. Gut. Ihr wart's hier wunderschön. Yes. Haha. So. 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 Habt ihr alles gesehen dann? Haha. So. Gut. Das schaut cool aus. Haha. Es geht doch mit dem Sisen ab. Schützen. Gott. das ist das hier in echt und von dem bergwerk die fahrzeuge wo sich die leute drauf gesetzt haben und reingefahren worden sind jedenfalls so schaut das hier noch in echt aus in echt leben nicht wie im film so dann geht es wieder weiter hier rosina barba schwarz mit hundschale geht wieder weiter das bergwerk das bergwerk das war so an alle stars das sind kunden sind wunderschön hier ist das jetzt wieder hat er jetzt wunderschön hier 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 mit Paddy Hacke und dem Kanonengangster Wachs und den anderen Weckerhandeln die sind verlaufen und die sind dann in den Kugeldachen etwa und diese Stelle, am Rissen, ist am Ende vom Bodenmais und das heißt, du darfst du Rissloch fällen bei dem ist ja Rissloch fällen ich glaube, bist du von einem kleinen Abba-See da aus dem Fall wunderschön aber, da oben hoch alles zeig euch, wie die fünf Freunde da rübergelaufen sind von da nach da und dann wieder die Straßbeflüter und da klappen wir oben die Gangster ich möchte ja nicht ja, vergessern, Ruki wird sein ich will doch wir werden liebe Freunde ganz, ganz, ganz hier hier so hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja, das ist ja schön ja, das ist ja schön so, aber sehr schön, oder? ja, ja die Putechinnen bestimmt der ist da sind sie hier rüber da kann der mit dem Kübel wachen und dann sind sie wieder gut der Sonne 10 Linger Bodenweiß das ist das Up and Out der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften seit Jahrhunderten sucht man ihn doch er wurde nie gefunden bis heute das erste Mal ohne Eltern unterwegs Genial Dick, bist du? Seid ihr Landstreicher oder sowas? Sehen wir so aus? Ich bin Hardy und das ist Robi Ich bin Robi, dein Geboi Oh Okay, das Vögelchen verlässt das Nest Dick ist entführt worden Warum sollte der entführt werden? Weil sie ihn mit dir verwechselt haben Was könnten die von dir wollen? Ihr seid hinter dem grünen Auge her? Los! Dort drüben ist unser Mann! Beeilt uns! Neue Abenteuer Dick muss hier irgendwo versteckt sein Was soll das? Neue Geheimnisse Timmy? Das ist Dick! Ich mach das Oh man, was gefurzt Los runter! Manchmal ist es gar nicht so schlecht einen großen Bruder zu haben 5 Freunde 2 5 Freunde, das sind wir Ab 31. Januar im Kino Das erste Mal ohne Eltern unterwegs Genial! Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück In ihrem größten Abenteuer Dick ist entführt worden Ab 31. Januar im Kino Timmy! Aua! 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 Wann immer sich ein Abenteuer lohnt Hast und Schrecken kennen wir nicht Denn das sind wir gewohnt Wo immer ein Rätsel zu lösen ist Hoch in dem alten Schloss oder im Schwung am Nest 5 Freunde, das sind wir Julien Dicken M Julien Dicken M George und Timmy der Hund 5 Freunde, das sind wir Wir kommen schnell herbei Wann immer ihr es wollt Und schon sind wir da Was hinter verbotenen Türen auch steckt Wir kennen kein zurück Es wird von uns entdeckt Wir lassen uns keine Gefahr eingehen Vertrauen auf uns, wir packen's an Wer kann uns widerstehen 5 Freunde, das sind wir Julien Dicken M Julien Dicken M George und Timmy der Hund 5 Freunde, das sind wir Wir kommen schnell herbei Wann immer ihr es wollt Wir kommen schnell herbei Und schon sind wir da Sind wir da Bis zum nächsten Mal Ich bin ein Töne Ich bin ein Fisch Fisch Töne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020